Was sind das deutsche Chips? Die solchen Namen machen? Ich kriege den Namen. Aber Stern, das Angriff muss ja schon mit dem Rollen sein. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Stern alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Hörers weiß, dass das ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! Es ist dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat er Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Maragin! Sie wollen Befehl durch das Leipzeln! So weit ist das eigentlich gekommen. Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus und nie das berättige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich bin Feiglinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als festgelegt... Widerstand, ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um die anderen allerhöheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an, bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie war gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in einem Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei ihm verlasse, öffnen Sie sich bewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! ... ... Vielen Dank.